This is love, and it's swollen. Okay, ich bin soweit. Die einen lieben ihn, die anderen wollen auf gar keinen Fall, dass ihr Kind einen bekommt. Es handelt sich um den guten alten Schnuller. Ich habe heute die Vierfach-Mama und YouTuberin Leila bei mir virtuell zu Gast. Und gemeinsam wollten wir heute einfach mal ein bisschen darüber sprechen, welche Vor- und Nachteile es hat, einen Schnuller zu benutzen und wie unsere eigenen Erfahrungen mit dem Thema damit waren. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Für diejenigen von euch, die die Leila noch nicht kennen, sie hat übrigens auch einen ganz tollen Mama-Kanal mit super vielen Tipps rund ums Thema Schwangerschaft und Babys erstes Jahr. Also, falls ihr den noch nicht kennt, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke euch den natürlich unten in der Infobox und hier oben hinter dem I. So, hallo erstmal, Leila. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Hallo, Darlene. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit dir bin. Ich freue mich wirklich sehr über unseren Austausch. Ich schätze dich sehr als YouTuberin und als Mama und als Mensch. Und ja, also wirklich, ich freue mich, dass wir uns heute über das Thema Schnuller unterhalten. Ich freue mich, dass du heute da bist. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Thema mit meiner ersten Frage. Ich habe nämlich eine Frage an dich. Nämlich, wie war denn das damals bei dir in der Kindheit bzw. im Babyalter? Hast du damals einen Schnuller benutzt? Das Thema Schnuller ist ja quasi vor der eigenen Erinnerung. Und ich wusste es tatsächlich auch nicht. Ich musste mich wirklich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen. Hatte ich einen Schnuller oder hatte ich keinen? Und interessanterweise wusste das auch meine Mutter jetzt gar nicht so richtig. Also sie hat, sie hatte wohl einen, ich hatte auch ein bisschen einen, aber nicht so, nicht so doll, nicht so richtig. Und ich glaube, es liegt auch daran, ich bin ja ein Kind der 80er Jahre und damals war auch das Thema Baby, was man jetzt, welchen Weg man geht, das war nicht so thematisiert. Heute gibt es ja, es gibt so klare Regeln entweder, man macht das so oder so und man will das Beste auf die Art und Weise und das Beste auf die. Und ich glaube, es war tatsächlich in den 80er Jahren noch alles ein bisschen beiläufiger. Es war, ich glaube, man hat sich nicht jetzt die großen Gedanken gemacht, ob das jetzt das Richtigste und Wichtigste ist. Ich habe mich auch gefragt, woher dieser Trend kommt. Und ich glaube, das stammt wahrscheinlich schon daher, dass es früher so beiläufig passiert ist. Und dann im Nachhinein viele Familien, Einzelpersonen oder dann auch die groß gewordenen Kinder festgestellt haben, war vielleicht nicht so ideal, wie zum Beispiel, ich muss immer bei Schnuller an die Story von meiner Oma und von meinem Papa denken. Die waren nämlich beides passionierte Daumen-Nuckler. Und du hast ja in einem Video über Daumen mal gesagt, dass die Kinder ja automatisch irgendwann den Daumen nicht mehr benutzen, weil sie die Hand für andere Dinge brauchen. Aber bei den beiden war das so drin, dass sie vor allem in Situationen, wo sie irgendwie Bücher gelesen haben oder sich was angeguckt haben, im Bett immer wieder so den Finger reingemacht haben, dass bei meiner Oma sich richtig der Kiefer verschoben hat. Also der geht richtig so nach vorne. Und auch bei meinem Papa beobachte ich das immer noch, dass wenn er am Computer sitzt oder beim Fernsehen, dass er automatisch gegen die oberen Schneidezähne drückt. Und auch noch im Erwachsenenalter, jetzt meine Oma, die ist 83, ist es immer noch so drin, dieses Urverhalten, was sie sich in der Kindheit angewöhnt haben. Und da kam zumindest dann bei mir dieses Denken, war das so ideal, hätte man das vielleicht anders machen können. Und ich glaube, daher kommt das vielleicht, dass man aus dem Erfahrungsschatz der anderen Generationen dann anfängt, das zu reflektieren und sich zu fragen, ist das überhaupt so schlau? Oder auch eine Bekannte aus meinem Freundeskreis hat die Horrorgeschichte erzählt von ihrer Tochter, die so sehr am Daumen genuckelt hat, dass sie den eingebunden haben, weil der wund war. Und ich dann noch als Mama mit keinen Kindern Hilfe, meine Kinder dürfen niemals am Daumen nuckeln. Ich will nicht, dass die dann hier blutige Finger haben und so. Weißt du, da hast du jetzt gerade auch wirklich einen interessanten Zusammenhang schon angesprochen. Und zwar ist ja die vorigen Generationen, gerade die Generationen, und es ging ja dann los, so 18, 18, 30 ging es ja los mit der Kindererziehung, die auf Härte gedrillt wurde, gerade in unseren Breitengraden. Und da ist ja eine 100 Jahre lange, also bis in die 70er Jahre eigentlich, nein, also 120, 130 Jahre lange Erziehungsmethode aufgerollt worden, die darauf gefußt hat, dass Kinder weggelegt werden, abgehärtet werden, wenig umsorgt werden. Alle Eltern lieben ihre Kinder, ja, das ist gar nicht die Frage. Aber das Prinzip dahinter war schon, ein Kind muss früh abgehärtet werden, um den Eltern nicht auf der Nase rumzutanzen. Und dieses Prinzip hat es natürlich, ist gegen das Urprinzip der kindlichen Entwicklung per se. Das heißt, aus dieser Zeit haben sich natürlich dann, ich sage mal, Kinder haben Ausweichbewegungen, Ausweichmechanismen sich antrainiert. Ein Baby ist schlau, ein Baby hat Bedürfnisse. Wenn diese nicht befriedigt werden, im großen Stil, ja, ich rede jetzt nicht, dass man mal ein Kind, dass es mal weint, dass es mal weggelegt wird, das meine ich. Wenn es so, es war ja ein großflächig angelegtes Erziehungssystem dahinter. Und wenn das in dieser Form stattfindet, suchen Kinder Ausweichmechanismen. Das sind Hin- und Herschaukeln, das ist dieses exzessive Daumennuckeln. Und deswegen brauchen wir heute als Mütter, die ja mit unseren Kindern viel instinktiver umgehen, obwohl wir in der neueren Zeit leben, gehen wir ursprünglicher mit unseren Kindern um, als noch die Mutter vor 100 Jahren. Wir gehen eher mit den Kindern um, wie die Mutter vor 300 Jahren. Und deswegen brauchen wir uns an diesem Punkt keine Sorgen zu machen, denn diese ganzen Urprinzipien, das passt alles ganz wunderbar zusammen. Das heißt, wie war das denn dann bei dir, als du schwanger wurdest oder auch deine ersten Kinder schon hattest? Ich habe ja im Intro schon gesagt, dass du vier Kinder hast. Hast du dir dann großartig über das Thema Gedanken gemacht? So möchte ich, dass meine Kinder den Schnuller haben? Möchte ich ihnen den anbieten oder probieren wir es erst mal ohne? Wie waren da so deine Gedanken? Also bei mir, ich bin ja mit Anfang 20 schwanger geworden, also vor 16 Jahren das erste Mal Mutter geworden. Und ich hatte damals, es gab weder Facebook noch Instagram, ich hatte in meinem Freundeskreis keine Freundin, die schon ein Kind hatte. Ich hatte überhaupt kein Muttervorbild und hatte so ein Bild von Babys weinen, Mütter sind gestresst und alles ist anstrengend. Außerdem brauche ich ganz viele Regeln und kann nichts, weiß nichts. Das war mein Gedanke. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das heißt Auf der Suche von Nach dem verlorenen Glück von Joan Didelhoff. Und das ist eine französische Wissenschaftlerin, die eine Zeit im brasilianischen Urwald mit einem Naturvolk verbracht hat und ihre Erlebnisse dort niedergeschrieben hat. Und sie beschreibt eine Welt, wo Mütter für ihre Babys gar nichts brauchen, nie gestresst sind und Babys, die nie weinen. Und ich dachte mir, das ist ja Wahnsinn. Wenn die das, das will ich probieren. Und es war so naiv, ich hatte auch noch nie eine Frau gesehen, die ihr Baby getragen hat. Ich habe gedacht, Mensch, ich probiere das aus. Also offensichtlich laut dem Buch brauche ich keinen Kinderwagen, keinen Schnuller, rein theoretisch nicht mal Windeln, das habe ich mir aber nicht so getraut. Ich brauche gar nichts. Das ist faszinierend, wie das Prinzip Baby-Mama funktionieren kann. Und habe gedacht, Mensch, 20 Jahre, ich probiere das jetzt mal aus. Alle haben mich für verrückt erklärt. Es war immer so, was ist denn das? Was hast denn du da? Und ich hatte immer mein Kind im Tuch. Es gab auch keine Tragetücher in dem Sinne. Es gab eine Firma, die hat ein Tragetuch hergestellt. Und da musste ich mir immer selber was binden. Und ich habe tatsächlich diesen, also ich wusste nicht, ob es funktioniert. Das heißt, ich hatte Schnuller da. Aber es hat funktioniert. Es hat nie den Moment gegeben, wo ich gedacht hätte, jetzt braucht mein Kind den Schnuller. Ich habe auf den Moment gewartet, weil ich wusste ja nicht, ob der Weg, den ich gehe, jetzt richtig ist. Weil ich ja noch keinerlei Erfahrung hatte und es auch bei niemand anderem gesehen habe. Ja, das ist spannend, wie Geschichten so ganz unterschiedlich laufen können. Ich habe ja schon erzählt, dass ich so diese Horror-Stories, in Anführungszeichen Horror-Stories, mit dem wunden Daumen oder auch die verstellten Szene von meiner Oma gekannt habe. Und ich weiß nicht, du hast gesagt, bei dir war es so, dass du es nicht mal wusstest, wie es in deiner Kindheit war. Bei uns war das eher im Gegenteil der Fall. Ich wusste, dass ich und meine zwei Geschwister nie einen Schnuller hatten. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum wir das gedacht haben, ist es eigentlich total bescheuert, aber wir waren irgendwie fast stolz darauf, weil wir so gesagt haben, ja, wir sind nicht abhängig vom Schnuller gewesen, wir brauchten das nicht, wir konnten uns auch ohne beruhigen, als wäre das irgendwie so eine besondere Leistung, die man als Baby gehabt hätte, was ja eigentlich totaler Schwachsinn wäre. Aber das hat mich dann irgendwie dazu geführt, dass ich gesagt habe, du, das braucht man nicht, ich habe es bei meiner Familie gesehen, man braucht es nicht, wir werden das auch gar nicht erst anfangen, weil ich habe auch immer diese Kinder irgendwie auf dem Spielplatz oder im Kaufhaus gesehen, die dann mit einem Schnuller im Mund geredet haben und ja, eine richtig komische Sprachentwicklung dann davon hatten. Und das waren alles Punkte, die mir irgendwo Angst gemacht haben. Und ich habe dann gesagt, so, Schnuller, nein, danke. Und dann hatte ich eben auch so ein berüchtigtes Schrei-Baby, High-Need-Baby, was aber leider nicht nur die ersten paar Monate geschrien hat, sondern im Endeffekt, ja, ich würde sagen, das erste Jahr. Und auch ein ganz, ganz, ganz starkes Saugbedürfnis hatte, so dass der Levian alle halbe Stunde nachts aufgewacht ist und nuckeln und stillen wollte. Ich war quasi nur so ein lebendiger Mensch gewordener Schnuller und ich habe das irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten. Ich bin auf dem Zahnfleisch gelaufen und habe dann gesagt, okay, dann probieren wir es mal mit dem Schnuller. So, ich halte es einfach nicht aus. Und dann haben wir es probiert und es hat super funktioniert. Und auch als er dann älter wurde, habe ich gemerkt, ist das fast wie so ein Ausschalter bei ihm geworden. Er ist irgendwie so auf den Schnuller konditioniert worden, dass das mit Kuscheln und Schlafen zu tun hat, dass er dann in Situationen, in denen er total überreizt oder übermüdet war oder einfach total aufgedreht war und ich in den Schnuller reingesteckt habe, wie so auf Knopfdruck runtergefahren ist. Richtig dann so und dann auch super eingeschlafen ist. Und ich weiß, ich hätte mich oder habe mich auch in der Zeit davor ohne Schnuller extrem gequält und war dann echt dankbar, dass das bei uns funktioniert hat, dass es eine Möglichkeit war, wie ich endlich mein Kind beruhigen konnte. Und da würde mich jetzt aber interessieren, gab es den Moment, weil, wie gesagt, bei meinem zweiten hatte ich ja dann auch gedacht, ah ja, okay, jetzt probieren wir Schnuller. Aber ich hätte da total dranbleiben müssen. Ich hätte da richtig, weil sie wollte nicht. Und da muss man wahrscheinlich eine Hürde übergehen, oder? Also beim Levien war es tatsächlich so, weil ich ja erst mit ein paar Monaten dann mit dem Schnuller angefangen habe. Ich glaube, da waren dann wahrscheinlich drei Monate oder so, dass er den ziemlich schnell angenommen hat. Beim Joshua habe ich mir dann von Anfang an gedacht, okay, ich kenne diese ganze Schreigeschichte schon und ich hatte ja dann auch ein kleines Kind und ich hatte irgendwie Angst, dass wenn der Joshua dann in der Nacht viel schreit, weil ich ja immer noch die Angst hatte, was ist, wenn das wieder ein Schreikind wird, dass der Joshua dann den Levien aufwecken würde. Von daher habe ich das relativ schnell bei ihm probiert mit dem Schnuller. Und gerade bei den ganz kleinen Babys ist es schon so, dass die den noch nicht so gut halten können, noch nicht so gut ansaugen können und so. Und da erinnere ich mich schon an ein, zwei Nächte. Das war nicht lang, bis er das gecheckt hat, aber wo ich immer mal so einfach so den Finger so dagegen gehalten habe, weil er sonst alle zwei Minuten wieder rausgefallen wäre. Ich habe mir dann gedacht, ich hätte es vielleicht auch einfach anders probieren können, aber ich war immer noch so traumatisiert von der ersten Zeit mit Levien, dass ich gesagt habe, nee, der braucht auf jeden Fall einen Schnuller. Ich halte dieses Schreien einfach psychisch nicht mehr aus. Und dann hat er sich auch daran super gewöhnt. Und er hat ihn dann richtig stark lieben gelernt. So stark, dass es mir dann schon fast ein bisschen zu viel wurde. Und ich mir überlegt habe, man, wie werde ich den Schnuller denn jetzt wieder los? Das ist nämlich so die andere Geschichte. Weil wenn man mit dem Schnuller nicht anfängt, dann muss man sich darüber keine Gedanken machen, wie man den wieder los wird. Und ich habe immer so Geschichten gehört von wegen, ja, der legt den dann automatisch weg. Oder man geht zum Schnullerbaum und hängt den hin und dann fragt das Kind nie wieder danach. Und ich wusste schon von Levien, dass das nicht der Fall war. Das hat viel Arbeit in dem Sinn erfordert, dass er den wieder abgeben wollte. Und dass ich immer so auf dem Schiebe. Levien hat den abgegeben kurz vor Josas Geburt, also mit zweieinhalb. Und ich dachte mir dann, ja, das ist ein Alter, die können schon laufen, die können schon sprechen. Und ich wollte auch dieses mit dem Schnuller im Mund sprechen einfach verhindern, weil der Levien auch eh sehr spät erst mit dem Sprechen angefangen hat. Und ich wollte ihm dann nicht noch weitere Stolpersteine irgendwie in den Weg legen, sodass ich dann immer aktiv gucken musste, ach, ich nehme ihn dann mal wieder weg. Und nur wenn er wirklich doll weint und danach fragt, dann gebe ich ihn ihm vielleicht wieder. Und bei Josas war es dann genauso. Aber ich glaube, dass ich ihm den Schnuller im Endeffekt zu früh weggenommen habe. Er hatte dann ein Kuschelkissen und ein Kuscheltier. Ich zeige euch das mal. Ich werde das jetzt auch mal hier in die Kamera halten. Das ist dieses Einhorn-Lama. Das ist jetzt vorm Waschen. Das ist echt eklig, weil er das überall mit hinnimmt. Und er hat dann angefangen, ich meine, ihr seht dieses Horn hier, wie das aussieht. Das ist total abgenuckelt. An den Öhrchen hat er gekaut, am Schwanz hat er gekaut, sogar an den Füßchen. Und ich finde das so eklig und so unhygienisch, dass ich mir dachte, im Endeffekt, man, hätte ich ihm doch lieber den Schnuller gelassen. Der wäre um einiges hygienischer, weil ich kann ja nicht jeden Tag dieses Kuscheltier waschen. Und habe mir dann im Endeffekt echt gedacht, Mensch... Ach, Quatsch. Du brauchst ja doch keine Gedanken mit der Hygiene machen. Das ist gut für Kinder, wenn die Keime aufnehmen. Aber ab und zu, so wenn es anfängt zu stinken, dann sollte man dann schon mal waschen. Daran habe ich gemerkt, dass das Saugbedürfnis bei ihm noch nicht weg war. Vielleicht wäre das besser gewesen, wenn ich ihm den Schnuller noch gelassen hätte. Aber es war irgendwie so dieses Bild, was ich hatte, ey, ein Kind mit zweieinhalb, drei Jahren, das sollte doch keinen Schnuller mehr haben. Und jetzt hinterfrage ich das auch. Das ist aber auch schade, oder? Ja. Das ist total schade, dass man sich diesen Druck von außen macht. Ganz genau, ja. Also ein Kind mit 18 wird keinen Schnuller mehr haben, ja. Das ist eigentlich total egal, wann es denen loslässt mit eins, mit zwei, mit drei, mit vier. Es ist ja wie mit dem Trockenwerden. Und deswegen ist es auch total toll, dass du das Video machst und dass du das jetzt auch so sagst, weil so wird es vielen Müttern geben. Und damit muss einfach Schluss sein, ja. Weil kein erwachsener Mensch wird danach beurteilt, wann er trocken geworden ist, einen Schnuller bekommen hat, sprechen gelernt hat, laufen gelernt hat, sitzen gelernt hat. Das ist wirklich total irrelevant. Jeder Mensch geht seinen eigenen Weg. Ja, das ist das auch, was wir am Anfang schon gesagt haben. Dieses Die-Waage-Halten zwischen, ich lasse mein Kind nicht einfach den Schnuller haben, jedes Mal, wenn es möchte. Und am Ende hat es den ganzen Tag den Schnuller. Also ich kann mit Sicherheit sagen, hätte ich Josef den Schnuller nicht weggenommen, der hätte den den ganzen Tag drin gehabt. Es mag Kinder geben, die sind ja vielleicht entspannter. Aber ich habe schon gemerkt, bis zum gewissen Grad muss ich auch als Mutter ein Auge drauf haben, weil sonst dem Kind ist es egal, ob das jetzt mit Schnuller spricht oder nicht. Und von daher auf der einen Seite zu gucken, hey, muss ich da vielleicht ein bisschen aufpassen. Vielleicht auch gerade am Anfang der Babyzeit, wenn man stillen möchte, sagt man ja, wenn man zu früh mit Fläschchen oder Schnuller anfängt, dass dann eine Saugverwirrung eben kommen kann. Also es sind schon so ein paar Punkte, die man irgendwie im Hinterkopf haben sollte. Aber ich finde es auch wichtig, wie du gesagt hast, dass man sich nicht wahnsinnig machen lässt von irgendwelchen Nachbarn oder Schwiegereltern oder Bekannten, die sagen, nee, das muss aber anders. Und was, du machst das immer noch so, weil damit ist niemandem geholfen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, einfach Dinge zu hinterfragen, aber gleichzeitig auf unser Bauchgefühl hören, dann ist das wahrscheinlich so ein guter Mittelweg, den man gehen kann. Eine Sache vielleicht für uns dann interessant, weil wir werden eines Tages die Oma sein oder die Schwiegermutter und unsere Kinder werden komplett anders geprägt als wir. Und die werden dann vielleicht schon gar nicht mehr wissen, was ein Schnuller ist, beziehungsweise die werden Schnuller haben, die man sich in die Ohren steckt. Wir wissen es nicht. Wichtig ist, dass wir zu dem Zeitpunkt dann so entspannt sind und sagen, die gehen ihren eigenen Weg. Und es gibt so viele Wege, um ein Baby mit Liebe und dem Einklang groß zu bringen. Das brauchen wir heute noch gar nicht wissen. Danke dir. Das war das perfekte Schlusswort. Das hast du sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Denn jedes Kind ist anders und jedes Kind hat auch ein unterschiedlich ausgeprägtes Saug- und Nuckelbedürfnis. Hört also bei der Entscheidung wie immer am besten auf euer Baby und auf euer Bauchgefühl. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr uns einen Daumen nach oben und ein Abo dalasst. Hier kommt ihr noch zu zwei anderen Videos, die euch vielleicht auch interessieren könnten. Und dann sehen wir uns gleich in einem der anderen Videos. Bis dann. Ciao.